Künstler gegen Aids. Das Theater des Westens ist am 25. November wieder Gastgeber der glamourösen Charity-Gala. Die auftretenden Künstler verzichten zugunsten der Berliner Aids-Hilfe auf ihre Gage. Darunter Vicky Leandros, Zweiraumwohnung, Tim Fischer, Romy Haag und andere. Moderiert wird die Veranstaltung von Bettina Böttinger und Guido Maria Kretschmer. Der regierende Bürgermeister Klaus Wobereit und die Schauspielerin Judy Winter haben die Umherrschaft übernommen.